Sehr geehrter Präsident Ramaphosa, sehr geehrter Präsident Lula, sehr geehrter Premierminister Modi, sehr geehrter Vorsitzender Xi Jinping, liebe Freunde, liebe Kollegen, zunächst möchte ich unseren südafrikanischen Freunden für alles danken, was sie während ihres Vorsitzes in der BRICS in diesem Jahr getan haben. Die Kollegen, die bereits gesprochen haben, haben die Arbeit der BRICS positiv bewertet und im Allgemeinen teilen wir diese Einschätzungen. Unsere 5 hat sich rechtmäßig auf der globalen Bühne als eine angesehene Struktur etabliert, deren Einfluss auf globale Angelegenheiten kontinuierlich zunimmt. Der strategische Kurs der Vereinigung strebt in die Zukunft und entspricht den Wünschen des Großteils der internationalen Gemeinschaft, der sogenannten globalen Mehrheit. Indem wir koordiniert handeln auf der Grundlage von Gleichberechtigung, partnerschaftlicher Unterstützung und Berücksichtigung der Interessen des jeweils anderen, befassen wir uns mit den drängendsten Fragen der globalen und regionalen Tagesordnung. Das Wichtigste ist, dass wir alle gemeinsam für die Bildung einer multipolaren Weltordnung eintreten, die wirklich gerecht ist und auf dem Völkerrecht basiert. Unter Einhaltung der Schlüsselprinzipien der Charta der Vereinten Nationen, einschließlich des souveränen Rechts und der Achtung des Rechts eines jeden Volkes auf seine eigenen Entwicklungsmodelle. Wir sind gegen jede Form von Hegemonie, die von einigen Ländern propagiert wird, die auf ihrer vermeintlichen Einzigartigkeit basiert und auf dieser Grundlage eine neue Politik des anhaltenden Neokolonialismus betreiben. Ich möchte betonen, dass es gerade das Bestreben einiger Länder ist, ihre Hegemonie in der Welt aufrecht zu erhalten, das zur schweren Krise in der Ukraine geführt hat. Zuerst wurde mit der Hilfe westlicher Länder ein verfassungswidriger Putsch in diesem Land durchgeführt und dann wurde gegen die Menschen, die diesen Staatsstreich nicht akzeptiert haben, ein Krieg entfesselt. Ein brutaler Krieg. Ein Vernichtungskrieg. Über acht Jahre hinweg. Russland hat die Entscheidung getroffen, die Menschen zu unterstützen, die für ihre Kultur, ihre Traditionen, ihre Sprache und ihre Zukunft kämpfen. Unsere Handlungen in der Ukraine waren nur von einem Motiv geleitet. Diesem Krieg ein Ende zu setzen, der vom Westen und seinen Satelliten in der Ukraine gegen die Menschen im Donbass entfesselt wurde. Wir sind unseren BRICS-Kollegen dankbar, die sich aktiv darum bemühen, diese Situation zu beenden und eine gerechte Friedensregelung auf friedlichem Wege zu erreichen. A dann, die Menschen gegen die Menschen nicht mit dem Gospenverwürgen waren, war eine Worte. Eine Worte, eine Worte, eine Worte, eine Worte. In den letzten acht Jahren, die in der Welt, in der Ukraine, in der Ukraine, die in der Ukraine war, nicht zu unterstützen, die Menschen, die ihre Kultur, ihre Tradition, ihre Sprache, ihre Sprache, ihre Sprache, ihre Sprache. Wir sind auf die Ukraine, die wir in der Ukraine beurteilen nur einmal. Wir wollen die Krieg, die wir mit den Zettelten haben, und die Ukraine gegen die Menschen, die in Dnbass auf dem Dnbass. Wir sind dankbar unseren Kollegen Pabrix, die wir in der Lage sind, in der попытung zu stoppen diese Situation und zu erreichen, Das Wichtigste ist, dass wir alle einstimmig die Bildung einer multipolaren Weltordnung befürworten, die wirklich gerecht ist und die auf dem Völkerrecht basiert. Von Jahr zu Jahr steigern die BRICS-Staaten ihr Potenzial. Wie bereits erwähnt wurde, hat der Anteil der fünf, in denen mehr als drei Milliarden Menschen leben, am globalen Bruttoinlandsprodukt nach Kaufkraftparität den Anteil der sogenannten G7 bereits übertroffen. In den letzten zehn Jahren haben sich die Investitionen der BRICS-Staaten in die Weltwirtschaft verdoppelt und der Gesamtexport erreichte 20 Prozent des weltweiten Gesamtwerts. Die Strategie für wirtschaftliche Partnerschaft der Mitgliedstaaten bis 2025 wird erfolgreich umgesetzt. Insbesondere wird die Zusammenarbeit in fünf Richtungen gestärkt. Die Diversifizierung von Lieferketten, die Dedolarisierung und der Übergang zu den nationalen Währungen bei den gegenseitigen Abrechnungen, digitale Wirtschaft und die Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und ein fairer Transfer von Technologien. Selbstverständlich beteiligen sich auch die Unternehmerkreise aktiv an diesen Prozessen. Eine umfangreiche Arbeit wird vom Unternehmerrat und dem Women's Business Alliance der BRICS geleistet, über die unser heutiger Gastgeber Präsident Ramaphosa bereits gesprochen hat. Und auch die Leiter dieser Organisationen sind auf dieser Sitzung anwesend. Ein wichtiger Schwerpunkt der BRICS-Zusammenarbeit ist die Schaffung neuer nachhaltiger und sicherer Verkehrsverbindungen. In der Ansprache zum BRICS Business Forum habe ich bereits über die Aktualität der beschleunigten Entwicklung transkontinentaler Routen gesprochen, wie den Nord-Süd-Korridor, der die russischen Häfen in den Nordmeeren und der Ostsee mit den Seeterminals an der Küste des Persischen Golfes und des Indischen Ozeans verbinden wird und in der Lage sein wird, jährlich bis zu 30 Millionen Tonnen Fracht zu transportieren. Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, innerhalb der BRICS eine ständige Kommission für Verkehr einzurichten, die sich nicht nur mit dem Projekt Nord-Süd befassen würde, sondern auch allgemein mit Fragen der Entwicklung von Logistik- und Verkehrskorridoren, den interregionalen und den globalen. Im Falle der Zustimmung der Partner könnte die russische Seite diese Ideen während des Vorsitzes in der BRICS im Jahr 2024 ausarbeiten. Im Falle der BRICS und natürlich begrüßen wir die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den fünf im Bereich globaler Innovationen. Wir hoffen auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen der BRICS-Initiative für ein globales Netzwerk von Forschungsinfrastrukturen, deren Unterstützung und Entwicklung durch einen speziellen Fonds erfolgen könnte. Russland ist bereit, seine Erfahrungen und bewährten Praktiken unter anderem im Bereich der digitalen Transformation und der Anwendung künstlicher Intelligenz zu teilen. Wir sind auch bestrebt, die erreichten Vereinbarungen zur Schaffung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe für nukleare Medizin umzusetzen und unterstützen die baldige Umsetzung der Aktivitäten des BRICS-Bündnisses für die Arbeit im Bereich der mittleren beruflichen Bildung. Wir unterstützen uneingeschränkt den Vorschlag unserer südafrikanischen Kollegen, ein separates Ministertreffen zu Frauenangelegenheiten zu organisieren, deren Rolle in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten unserer Länder zweifellos erweitert werden sollte. Verehrte Kollegen, im nächsten Jahr wird der Vorsitz in der BRICS auf Russland übergehen. Unser Vorsitz wird unter dem Motto stehen, Stärkung der Vielfalt für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit. Wir planen etwa 200 politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen, die in über einem Dutzend russischer Städte stattfinden werden. In der Zeit unseres Vorsitzes planen wir ein BRICS-Gipfeltreffen auf höchster Ebene im Oktober 2024 in der Stadt Kazan. Die genauen Daten werden noch über die diplomatischen Kanäle mit den Kollegen abgestimmt. Dort werden auch Veranstaltungen im bewährten Format BRICS plus Outreach stattfinden. Während unserer Präsidentschaft werden wir alles daran setzen, die Umsetzung der auf diesem Gipfel getroffenen Entscheidungen zu fördern, einschließlich der Ausweitung des Teilnehmerkreises dieses Bündnisses. Wir werden eng mit unseren Partnern im außenpolitischen Bereich zusammenarbeiten und gemeinsam auf den wichtigsten internationalen Plattformen arbeiten, insbesondere bei den Vereinten Nationen und die Praxis regelmäßiger Treffen hochrangiger Vertreter für Sicherheitsfragen fortsetzen. Selbstverständlich werden wir dringende Aufgaben wie den Kampf gegen Terrorismus und die Verbreitung terroristischer Ideologien sowie die Bekämpfung von Geldwäsche und die Rückführung von auf kriminellem Wege erworbenen Vermögenswerten weiterhin vorrangig behandeln. Übrigens sind wir den Partnern für die Unterstützung in der Financial Action Task Force FATF dankbar. Wir hoffen, dass diese Solidarität auch in Zukunft bestehen bleibt. Wir werden die umfassende Umsetzung der BRICS Wirtschaftspartnerschaftsstrategie bis 2025 und die Entwicklung neuer langfristiger Kooperationsziele unterstützen. Dazu gehören unter anderem die Stärkung der Rolle unserer Länder im internationalen Währungs- und Finanzsystem, die Entwicklung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, die Ausweitung der Verbändung nationaler Währungen und die Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern, Zoll- und Wettbewerbsbehörden. Zweifellos gehört zu den russischen Prioritäten die Stärkung der Partnerschaft in den Bereichen Wissenschaft und Innovation, im Gesundheitswesen, in der Bildung und in der Entwicklung der humanitären Beziehungen insgesamt. Kulturelle und zivilisatorische Vielfalt ist eine der tragenden Säulen der neuen multipolaren Weltordnung und erfordert die Schaffung eines umfassenden freien Raums für kulturellen Austausch, Kunst und Kreativität. Es scheint angebracht, mit den Partnern der BRICS, übrigens auch mit den Partnern in der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit und, was für uns wichtig ist, mit den Partnern in der GUS, ein ernsthaftes Gespräch über die Zukunft der Kultur in der Welt zu führen, über die Bewahrung und Bereicherung des Weltkulturerbes. Übrigens könnte das 9. Internationale Kulturfestival, das bereits für den 16. bis 18. November dieses Jahres in Sankt Petersburg in Russland geplant ist, zu einer Plattform für einen solchen Dialog werden. Und natürlich wird Russland auch weiterhin die Kontakte im Sport- und im Jugendaustausch ausbauen. Insbesondere sind die BRICS-Spiele im Juni 2024 geplant. Wir freuen uns darauf, die Teams aus den Mitgliedsländern des Bündnisses bei dem internationalen Turnier Spiele der Zukunft begrüßen zu dürfen, das im nächsten Jahr in Kasern stattfinden wird. Diese Wettbewerbe bieten eine einzigartige Kombination aus dynamischen Sportdisziplinen und den beliebtesten Videospielen und technischen Geräten. Im März 2024 haben wir eine gute Möglichkeit, beim Weltjugendfestival in Sochi die Bildung enger Kontakte und den freundschaftlichen Austausch zu fördern. Zum Abschluss möchte ich noch einmal betonen, dass Russland im Rahmen seines Vorsitzes auf konstruktive Weise mit den Partnern der fünf zusammenarbeiten wird, um die Rolle und das Ansehen der BRICS weiter zu stärken, das zweifellos weiter anwachsen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für's Zuschauen!